Der Komoran Autor Seltsamkenzi Die Filmaufnahmen hat der Autor Seltsamkenzi selbst im Amazonasbecken gemacht. Komoränne sind 77 bis 94 cm groß und haben eine Flügelspannweite von 121 bis 149 cm. Sie wiegen 2,5 bis 3,5 kg. Von Weitem sehen die Tiere schwarz aus, wenn man näher herankommt, fällt auf, dass das Gefieder metallisch glänzt. Der relativ große Schnabel ist hakenförmig. Im Prachtkleid haben Komoränne einen weißen Fleck am Schenkelansatz, einen weißlichen Nacken, ein weißes Gesicht und einen schwarzen Scheitel, die im Schlichtkleid weniger klar voneinander abgegrenzt sind. Am Schnabelgrund befindet sich eine gelbliche nackte Hautpartei. Komoränne sind meist stumm, nur in der Kolonie geben sie dumpfkrechtzende Laute von sich. Komoränne kommen in ganz Europa an Küsten- und Binnengewässern vor. Die nordöstlichen Populationen ziehen im Winter weiter nach Westen und Süden. Komoränne fressen im Mittel 400 bis 500 Gramm Fische pro Tag. In der etwa drei Monate dauernden Brutzeit steigt der Nahrungsbedarf auf rund 700 Gramm. Ihre Nahrung erbeuten sie tauchend. Der registrierte Rekord liegt bei 63 Metern im Bodensee-Obersee. Sie sind Nahrungsopportunisten, fangen also die Beute, die häufig und am leichtesten verfügbar ist. Das sind besonders die Fische des Freiwassers, die keine Schutzstrukturen aufsuchen, wie in großen Fließgewässern die Esche. Fische der Größenklassen zwischen 15 und 30 cm werden bevorzugt, aber auch Größen zwischen 5 und 45 cm treten in der Nahrung auf. In den norddeutschen Flachseen sind besonders die häufig in großen Schwärmen auftretenden Weißfische für Komoränne eine leichte Beute. Komoränne brüten in Kolonien am Boden, auf Bäumen und Felsklippen. Häufig befinden sich die Brutstätten auf Inseln. Wegen ihres ätzenden Kotes werden Brutbäume langfristig oft in Mitleidenschaft gezogen. Das Nest wird aus Zweigen, Schilf oder Seetang gebaut. Komoränne legen in der Regel drei bis vier Eier. Weil fischfressende Komoränne früher wie Seeadler, Fischadler, Fischotter oder Eisvögel als Konkurrenten der Fischer galten, wurden sie über lange Zeit stark verfolgt und bejagt, bis sie in Deutschland und anderen Ländern fast ausgerottet waren. Seit einigen Jahren haben sich die Bestände aufgrund von Schutzbestimmungen wieder erholt und sind eventuell höher als jemals zuvor. In Westeuropa leben derzeit ca. 450.000 Brutvögel. In Deutschland brüten ca. 23.000 Paare in 120 Kolonien, Stand Mai 2006. Die Bedrohung von wilden Fischbeständen durch den Komoran wird für Fließgewässer und manche Seen kontrovers diskutiert. Diese Einschätzung wurde von Fischereivertretern wiederholt mit Studien eckige Klammer auf ein eckige Klammer zu eckige Klammer auf zwei eckige Klammer zu eckige Klammer auf drei eckige Klammer zu untermauert, welche von Vogelschützern als nicht objektiv verworfen werden mit Verweis auf andere Studien eckige Klammer auf viereckige Klammer zu. Komoränne erbeuten in vielen Gewässern vor allem wirtschaftlich unbedeutenden Weißfisch, Der Anteil etwa an Aalen beträgt nach Untersuchungen des schleswig-holsteinischen Umweltministeriums Mlur nur rund 2%. Regional werden jedoch durchaus auch größere Mengen an anderen Fischarten gefressen. Ein wirtschaftlicher Schaden ist umstritten. Zur Fischproduktion genutzte Teiche sind für Komoränne ein sehr attraktives Jagdrevier. Die entstehenden Schäden an ihren Beständen können wegen mangelnder Versteckmöglichkeiten, attraktiver Größe und hoher Fischbesatzdichte entsprechend hoch sein. Durch Vergrämmungsmaßnahmen kann aber der Schaden verringert werden. In fast allen Bundesländern werden mittlerweile winterliche Vergrämmungsmaßnahmen durch Einzelabschüsse durchgeführt, die aber nur lokal und nicht nachhaltig den Bestand beeinflussen, jedoch erhebliche Auswirkungen auf andere überwinternde Wasservögel haben können. Durch die behauptete Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz von Teichwirten haben die Fischereiverbände eine Diskussion entfacht, die auf politischer Ebene sehr erhitzt geführt wird. Die Interessenvertreter der Fischer und Teichwirte drängen auf eine Aufhebung der Schutzbestimmungen für den Komoran, um den Bestand nachhaltiger kontrollieren zu können. Umwelt- und Tierschutzverbände dagegen bestehen auf einer Aufrechterhaltung des Schutzes und argumentiert unter anderem damit, dass die Bejagung langfristig ein ungeeignetes Mittel sei, die Komoranbestände zu kontrollieren und von Fischgründen fernzuhalten. Mittlerweile haben fast alle Bundesländer und Staaten in Mitteleuropa eine Ausnahmegenehmigung für die Vergrämung von Komoranen in Form einer Komoran-Verordnung erteilt. Komoranen sind unter anderem nach der EU-Vogelschutzrichtlinie rechtlich geschützt, die Konformität dieser Genehmigungen mit EU-Recht ist deshalb umstritten. Immer mehr Länder gehen zu regionalen Komoran-Management-Maßnahmen über, die auch den aus Tierschutzgründen umstrittenen Eingriff in Brutbestände umfassen. In Mecklenburg-Vorpommern gab es im Jahr 2005 rechtswidrige, exzessartige Übergriffe auf Komoran-Kolonien, bei denen Hunderte von Alt- und Jungvögeln angeschossen wurden und teils in den Nestern verhungerten. Eckige Klammer auf Fünfeckige Klammer zu Vor diesem Hintergrund beschäftigte sich von Dezember 2000 bis November 2002 das Redcafé-Projekt der EU mit der paneuropäischen Kormoran-Problematik. Nach seinem Abschluss wird es fortgesetzt im Intercafé-Projekt. In Dänemark werden in manchen Kolonien bebrütete Eier mit einer Paraffinschicht besprüht, um die ungeschlüpften Küken in den Eiern ersticken zu lassen. Die Eltern brüten weiter, und am Ende der Brutzeit ist es zu spät, neue Eier zu legen. So soll der Bestand kontrolliert werden. In Schleswig-Holstein beeinflussen natürlicherweise insbesondere Seeadler die Ansiedlung von Kolonien an Gewässern und den Bruterfolg der Kormrenne. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.